Schaftpläuel, Stahlpläuel, verstärkt. Das kann auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Druck als die Seriendinger, wenn man das einfach mal guckt hier nebeneinander. Flutschige Finger. Flutschi, flutschi. Power 6, immer gerade. Und er hat es in einem B5 längs eingebaut, das Ganze. Krass. Ist das wie Öl oder ist das so ein anderes Fahrzeug? Ja, ist wie Honig. Wir machen das rein, machen die Kurbelwelle drauf und die Kurbelwelle lässt sich nicht drehen. Willkommen bei Kfz40. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir bauen heute den Motor zusammen, sprich Proil Hauptlager. Benni ist heute zu Gast, hilft mir, wie bei dem Audi S3. Dann haben wir einmal den Adam. Ihr kennt den Adam mit dem A3, den Benni gebaut hat. Und dann haben wir einmal Michael. Ihr kennt Michael von den euren Projekten, der mit dem Golf 2. Ich habe den extra gerufen, damit er das einmal sieht, wie wir den zusammenbauen. Und der soll uns allen auf Fragen stellen, wie das Ganze läuft. Ja, wir fangen direkt bei Benni an. Benni ist schon fleißig hier, der wartet nicht, ne, in Maschine. So Benni, was machst du gerade schon? Also im Moment habe ich jetzt gerade Kolbenbolzen sauber gemacht. Guck gerade, dass der hier vernünftig rein und raus geht. Das erste Pläuel ist schon fertig, wie man sehen kann. Einmal vernünftig Haarschaftpläuel, Stahlpläuel, ihn verstärkt. Das kann auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Druck als die Serien-Dinger, wenn man das einfach mal guckt, hier nebeneinander. Sehr, sehr dünn, sehr instabil. Kann maximal 300 PS, meiner Meinung nach, wenn überhaupt. Und einmal verstärkt. Also du meinst aber den Original. Genau, das Originale, wenn überhaupt 300 PS. Kommt halt immer aufs Drehmoment an, ne? So. Also viele wissen das nicht, weil ich jetzt mehr Abonnenten dazu bekommen habe, aber die alten Abonnenten wissen das. Benni hat einen Motor und genau das Gleiche, was du hier jetzt machst, ne, Benni? Ja. Also nur die Pläuel und die Hauptlager. Fährst du wie viel PS, Benni? Also ich bin da mit 705 PS und 854 Newtonmeter gefahren auf dem Serienblock. Hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Bis auf die Getriebe, ne? Die halten das nicht aus. Ja, die halten das nicht aus. Ich habe das mal einmal im Forum gesagt, so, ich war ja in so einem Audi-Forum drin, Bruder. Habe ich ja schon erzählt, ne? Ich habe hingeschrieben, Benni Motors fährt mit 700 PS, mit sogar 3,3 PS. Ja, 3,2, 3,3 PS, genau. Ladedruck und habe gesagt, 700 PS, die haben mich alle ausgelacht, haben gesagt, ah, das geht doch nicht, das geht doch nicht. Doch, das funktioniert sehr gut. Und nur, nur Pläuel und Dings, das geht niemals. Du hast das ja damals nur gemacht gehabt, weil dein Motor, den du versteckt hast, kaputt war. Genau. Und du auf die Schnelle nur Pläuel und die Hauptlager gemacht hast, damit du in den Viertelmeilen kannst. Genau, einfach, das sollte eigentlich nur so ein Low Budget eigentlich sein. Hat natürlich wieder Ausmaße angenommen, weil man will immer mehr, immer mehr und immer mehr. Aber am Anfang war es ja Low Budget, auch Low Budget. Ja, klar. Damit hast du ja, was weiß ich, wieder wendlich. Ich hatte mit dem K04 angefangen quasi, aber das hat nie funktioniert. Dann war irgendwann die Pläule krumm, weil ich die nie gemacht habe, das war Serie halt. Dann hat er gesagt, okay, machen wir es einmal richtig, vernünftige Pläule rein, vernünftige Kolben rein, alles zusammengebaut und dann ging das. Krass, ey. Und 700 PS und das Ding erhält immer noch. Jetzt hast du den ja mal rausgeholt. Der Motor steht zur Zeit noch bei mir in der Werkstatt. Verkaufst du den? Ja, es kommt auf den Kurs an, ich sag's mal so. Aber der ist komplett fertig. Mit Steiger, geht alles drum dran. Verkaufst du das? Komplett mit Emo abgestimmt. Also verkaufst du den komplett? Mit Lader, mit alles drum dran. Also wenn einer Interesse hat, kann sich gerne bei Benny Motors melden. Instagram verlinke ich einmal. Da könnt ihr euch gerne mal bei dem melden, ob ihr, vielleicht wollt ihr ja mal 700 PS, 1, 8T haben. Das ist Plug and Play A4. Plug and Play. Achso, aber auf A4, ne? Dieses A, E, B heißt das dann. Genau, ist ein A, B. Genau. Bist du dir beschreibt. Auf jeden Fall noch schleifen, wenn du willst. Benny, du machst das schon, den Kolben hast du schon rausgeholt. Ja. Und du brauchst den... Ach, wo sind die rum? Die Pleule sind noch eingepackt. So. Also Benny hat die gerade auch vermessen. Benny hat die auch gerade vermessen. Willst du das einmal erklären, Benny? Wie du es vermessen? Also wie du es messen tust, das Ganze? Also im Endeffekt hat man ja ein gewisses Maß, was von hier bis da ist und von da bis da ist. Und das sollte natürlich überall gleich sein, weil wenn du so ein ovales Pleule hast, dann fährt das dezent beschissen, sage ich mal auf gut Deutsch. Du hast ein gewisses Maß an der Kurbelwelle hier. Dann hast du die Lagerschalen, dann rechnest du das alles hoch und dann hast du ein gewisses Spiel, was dazwischen ist. Ein zweihundertstel Spiel sollte das mindestens haben, weil sonst frisst das nämlich auch wieder. Und dann haben wir auch ein Problem. Sind aber alle maßhaltig soweit. Gläuel sind winklig, hatten wir auch geprüft. Ist auch in Ordnung. Ich denke, da können wir zusammenbauen, da steht nichts im Wege. David, hast du? Wir haben die jetzt gemessen, vorher schon. Und es hat überhaupt kein Spiel gehabt, also keinen Unterschied gehabt. Jetzt haben wir es vergessen, nochmal euch zu zeigen. Wie wir es hatten, ein bisschen Spiel hatten die. Ein zweihundertstel Spiel, so wie es sein sollte. Nicht, wir haben die nicht gewogen. Achso. Das meinte ich. Also wir haben die vorher schon gewogen gehabt, wir haben es vergessen, euch zu zeigen. Also haben wir es jetzt nicht auf Kamera, aber alles in Ordnung. Falls ihr unter den Kommentaren schreibt, habt ihr das nicht gewogen. Haben wir gemacht. Adam hat das letzte Jahr gemacht, das weiß ich noch. Letztes Jahr. Beim S3. Beim S3. Und da waren die in Ordnung. Ja. Wir bringen das Ganze schon mal ins Öl hier, für später. Wir werden nochmal die Ringe einmal einstellen. Und dann ist schon Öl drin und dann werden wir das Ganze gleich nochmal einbauen. Lagerschalen, schnell einbauen. Adam fuhren mit den Dinger jetzt rein. Ich hab dir flutschige Finger. Flutschige Finger. Flutschi, flutschi. Wenn ich mache, ich das gleich, dann setze ich mich mit dem Ding jetzt hin. Mit dem Stuhl. Da brauchst du Ruhe für. Letztes Mal hab ich mir so im Finger lag ich schon. Boah, wie oft ich mir so irgendwie scheiße. Genau. Das ist auch schon ein Hammer passiert. Mach doch, mach in Ruhe. Kommt auf eine Sekunde jetzt, dir alles nicht an. Warte, das kann ich aber auch machen gleich. Hast du noch Ringe, klebst du da? Ja, von dem S3 habe ich noch welche. Jetzt guck mal hier. Das ist immer so weg. Ich fliege immer weg, ne? Ach, wie viele bei mir in der Werkstatt rumliegen. Keine Angst, ich hab neue eingebaut. Das ist für eine Ringe sollte man das für dich nehmen, ne? Nein, nein, da fühlt es speziell ab. So, ey, ich sehe die Ringe gar nicht, ey. Braucht man da spezielle Ringe? Yo. Genau, da ist, kannst du den merken, guck mal, oben rechts, oben links. Bei mir fehlt immer oben rechts. Okay. Oben rechts, okay. Ja, du hast auch so ein Ding, ne? Was du immer gleich so machst. Ja, klar, das kann man sich am einfachsten merken, wenn du da anfängst, Experimente zu machen. Wie oft machst du sowas, Beni, in der Woche? Also, ich hab das heute Morgen noch gemacht. Auch AGU, gleiche Maschine, der hat allerdings ein paar Batik-Pedäule drin gehabt. Okay, aber gut. Ob die jetzt besser sind, lass ich mal dahingestellt, weiß kein Mensch. Okay. Und später passt da alles ganz gut. Aber du baust hier gerade an deinem neuen Projekt, ne? Ja. Ja. Das ist der? Das ist ein 2,8 Liter VR6 in einem Audi A4 längst eingebaut. Längst eingebaut, aber der längst eingebauter VR6? Genau, längst eingebauter VR6. Ja, der ist eingebaut mit 01E, Quattro-Getriebe, 6-Gang. Ähm, Details lass ich da jetzt erstmal noch sein. Okay, ja, klar. Ähm, das ist noch nicht... Ähm, und du machst rund aus alles neu, ne? Ja, der Ding ist komplett verstärkt, also der hat eine komplette... Können wir noch ein, zwei Bilder zeigen? Das können wir auf jeden Fall machen. Ja, schicke ich dir rüber. Also, zeig mal ein, zwei Bilder davon. Also, Jungs, ich hab das gesehen, ne? Das Ding ist richtig geil gemacht. Ja, schon auf Sicherheit, ne? Ja. Richtig geil. Und, ähm, aber du brauchst ja noch mehr dafür, noch ein bisschen. Ja, ich denke, im April wird, wenn Werner alles hinhaut, werde ich im April das erste drin damit fahren. Hoffentlich. Ähm, werden wir sehen. Ja. Ja, ja, genau. Und das Geile ist, ähm, was für ein Turbo willst du damit fahren und wie viel Leistung strebst du damit an? Da steht noch nicht so ganz fest und möchte ich eigentlich auch noch nicht unbedingt... Aber willst du gar nicht sagen? Ah, okay. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Aber das ist... Also, ihr müsst euch vorstellen, ich hätte ja V6 immer gerade und er hat es in einem B5 längst eingebaut, das Ganze. Krass. Und ihr müsst mal sehen, alles neu. Ja, ja. Also, bei dem Wagen wurde nichts gespart und es kann man echt sagen, das ist bis jetzt ein Lebenswerk, ne? Ja, weil sowas macht man glaube ich auch noch einmal. Einmal, ja. Ja, weil das geht ja auch richtig in die Substanz, ne? Oh, ja. Was hast du jetzt schon grob ausgegeben, wenn du mir das sagen willst, so ungefähr? Ich sag mal nur die Hinterachse, die Zelle und das Auto per Kleinigkeiten sind schon mal 15.000 Euro weg und das Ding ist noch nicht mehr rollbar. Ja, das ist krank, ja. Und du machst hier alles, ne? A bis Z. Komplett alles. Komplett alles. Alles, ja. Krass. Und das Auto sieht wie neu aus, wenn ihr das sieht, wie neu. Aber du hast mir das neu aus. Donkey Tech hat das ja auch gesehen gehabt. Da stand er erst mal davor und gesagt, what? Ja, das ist schon drauf gekriegt, ne? Ja, der Daniel hat immer Bock auf so krankes Zeug. Ja, aber der ist echt geil. Also, das Auto soll erst mal einer nachmachen. Ja, erst mal gucken, dass er läuft, ne? Da bin ich ja schon mal glücklich dann. Aber pass drauf, pass drauf. Das ist in der Wahrheit mit dem Finger. Da gibt es eigentlich auch tolle Zangen für. Nur die sind immer lost. Ist drin. Ja, sitzt. Alles klar, Nummer 1 ist fertig. Ich laufe jetzt um. Ne? 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 Sitzt. Sitzt. Alles gut. Der ist fertig hier. So. Wir bauen jetzt einmal schnell die Kurbelwelle ein mit Adder. So, jetzt bauen wir die Hauptlage ein. Ne? Ich hab die jetzt, äh, Benni, welchen Motor ist das jetzt hier? Weil es jetzt einer sagt, die sind jetzt anders? Die sind ja auch anders. Also, bei manchen ist es halt so der Fall, dass die so, genau. Manchmal halt auch diese Halbmonde. Halbmonde. Genau. Aber das ist völlig irrelevant. Ich finde die anderen sogar besser. Die finde ich auch besser, ne? Weil die anderen, da hatte ich ja schon mal, dass da mal weggerutscht ist, weiß nicht? Ja, genau. Viel besser. Genau. Jetzt haben wir das nicht. Jetzt haben wir die hier. Und, äh, sie sind jetzt einfach einzubauen. Hier seht ihr die Ölkanäle. Das heißt, der eine kommt hierhin. Ne? Der kommt in den Lager nach oben. Hier das genauso. In ein Loch rein. Und der kommt auch in den Lager, wo kein Loch drin ist, ne? Jetzt machen wir das Ganze einmal hier sauber. Wir machen das einmal sauber. Hier muss kein Fett drauf. Nur hier drauf. Komm zum Blick an. So, der ist zu weit. Hier. Da müssen wir gleich mal schauen. Ähm, warte. Richtig ist, Jungs. Bist du den? Mhm. Mach ich jetzt gleich rein. Ja, der geht aber ein bisschen sehr schwer rein bei mir. Okay, der ging jetzt besser. Jungs, passt nur auf, dass ihr auch richtig drauf seid, ne? Also hier, bei dem bin ich nicht richtig drauf. Das will ich auch richtig ausholen. Das Ganze. Versuchen. Ne? Oh. Ah, da muss ich einmal gleich ein bisschen rein. So, das ist ja für die anderen. So. Du musst nur aufpassen, dass das echt schön gerade ist. So. Du musst nur aufpassen, dass das echt schön gerade ist. Ach, das war das Ganze. Ach, hast du schon drinne? Hä? Was ist denn hier? Was ist denn da? Du musst nicht gehen, wenn du mit dem Ball umfällig sind. Wie liegt es denn? Ich wollte mal zeigen, wie das gerade an unsere Finger klebt. Nein, nein. Jetzt wird noch rein. Was für jeden, das zieht, ne? Sehr gute Post. Ach, Schitter? Ja? Ja. Oh, jetzt habe ich mir versucht, was zu merken. Idiot. Ach, hier, hier. Ist er noch 45 mehr? Nein, das ist ein guter Problem. So. Na, Fett, wo bist du noch nicht drauf? Lange ich schon noch ein Moment. Hier brauchen wir was gemacht. Wir machen nichts mehr, wenn man hier zum Beispiel. Ich kenne es an, ich bin es falsch gesteckt. Das habe ich nicht zu spät gesehen. Ja, dort hast du auch zu geklebt, ey, ne? Das sehe ich schon anders. Ist das wie Öl oder ist das so ein anderes Fett? Ja, ist wie Honig. Machst du noch? Ja. Weil die so flutschig ist. Ja, ich habe die komplett eingeölt, ne? Naja. Willst du die? Ja. Wir haben dann einfach kein Problem. Wir haben hier den gleichen noch. Schwierig. 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 Nee. Nee. So sieht es aus. Ein folgendes Problem. Ich habe ja andere Lagerschalen geholt. Und das Problem ist, das sind die Falschen leider. Der hat mir zwar gesagt, der Verkäufer, dass die passen, passt nicht. Wenn wir den jetzt reinmachen, zeige ich euch jetzt nicht. Wir machen das rein, machen die Kurbelwelle drauf und die Kurbelwelle lässt sich nicht drehen. Und deswegen, da stimmt was nicht und da wollen wir nicht riskieren. Benni sagt auch, wenn wir einmal das Ding da festmachen und das Ganze drehen, dann ist vorbei. Dann brauchen wir wieder eine neue Kurbelwelle. Weil Benni hat ja die Kurbelwelle neu poliert, hat ja mitgebracht. Und ja, da wollen wir jetzt nicht riskieren. Also, können wir heute nicht mehr weitermachen. Was heißt weitermachen? Wir können noch natürlich die Kolben machen. Ganz schnell. Dann bauen wir einmal die Kolben nochmal ganz schnell ein. Die Lager ein an die Kolben und das war's, oder? Wir warten bis morgen und machen alles morgen. Also tut uns leid, wir konnten das heute nicht komplett zusammenbauen. Wir haben euch zwar gezeigt, die Pleue haben wir gezeigt. Was haben wir noch gezeigt? Das war's. Wir haben das gemacht. Ja, egal. Manchmal funktioniert es einfach nicht. Letztes Mal war das ja der Kolbenring. Da war der Kolbenring. Der ist kaputt gegangen. Und ja, und jetzt haben wir das. Aber das war meine Schuld. Das nehme ich auf mich. Weil ich einfach zu Hause, ich bestelle, 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 bestelle. Guck, 1.8T, bestell, 1.8T, bestell, 1.8T, bestell. Und später wartest du auf die Ware. Dann liest du einmal Artikel, so weißt du, Artikelbeschreibung. Und dann siehst du, oh, das ist ja falsch. Dann rufe ich natürlich Benni an. Ich sage, ey Benni, ich habe das hier bestellt. Dann sagt Benni, ja, Bruder, könnte passen, könnte nicht passen. Ich weiß es nicht, aber müsste passen. Dann habe ich den nochmal angeschrieben und gesagt, Benni, egal, ich habe schon neue gekauft. Dann habe ich neue gekauft. Und dann hat der Verkäufer noch gesagt, nein, das passt. Und dann habe ich gesagt, ey Benni, weißt du was, komm. Das Geile war, das habe ich auch zurückgeschickt. Der war ja schon fast weg. Dann habe ich ihn wieder zurückgerufen. Ich so, nein, nein, komm, komm, wir bauen das ein. Ja, manchmal läuft es halt schief, aber was willst du machen? Aber nicht schlimm. Wir holen das morgen schnell und dann bauen wir den nochmal zusammen. Dann soll das der erste Teil gewesen sein. Und der zweite Teil bauen wir morgen. Michael, was hast du heute mitgekriegt? Was kannst du schon machen, alleine? Ja, Kolben, Pleuel, Bauen, zusammen. Dann die Lagerschalen im Motorblock. Ansonsten so Kleinigkeiten, die man halt mal so nebenbei mitbekommt, die man so im Alltag beziehungsweise in anderen Videos nicht so mitbekommt, die einfach geskippt werden. Ja, wir wollten das natürlich zeigen, nur wie wir das hier zusammenbauen, aber trotzdem ist es natürlich wichtig, wie du es machst. Sauberkeit ist wichtig, dass du es halt sauber machst. Aber dazu sind wir ja noch nicht gekommen, ne? Ach so, hier haben wir auch ein Problem, ne? Stimmt, das Geile ist das hier noch. Das zeige ich auch noch hier. Guck mal, die haben hier, das ist ja der obere. Und hier haben wir ein zu viel. Das ist einfach falsch verpackt. Wir wissen es nicht. Kann das wie ein Dreizeitler sein? Nein, das nicht, aber ich denke, das wird für eine andere Maschine sein. Speziell passend für deinen 1.8 T. Das ist auch falsch. Deswegen, das ist alles zu viel Risiko. Das wollen wir auch nicht machen. Und alte Lagerschalen wollen wir sowieso nicht machen. Wenn, dann wollen wir nicht. Adam, was habe ich gehört? Adam, du rüstest einen neuen um? A3? Ja, was heißt das? A3, also auf eine andere Karosse. Ja, komplett. Da kann man schmerzfrei mit umgehen. Und bei dem, bei Michael weißt du ja Bescheid. Wir haben ja extra geholt, damit er das mitkriegt, weil er das hier auch macht. 1.8 T beim Golf 2. Ach so, er hat Probleme gehabt hier. Hast du hier Benni angesprochen? Ja. Ich habe Probleme mit dem Motorhalter gehabt. Ja. Ja, da werden wir gleich noch mal ganz in Ruhe sprechen, weil das sind dann ja Motorhalter von verschiedenen Modellen. Ja, genau. Also wie gesagt, da ist ja Benni, du machst ja, ich habe ja gehört, diesen Monat, den letzten Monat hast du schon drei oder vier Stück gemacht? Ja, insgesamt sind, das ist glaube ich der vierte Golf 2 1 8 T Umbau. Krass. Einer steht aktuell gerade bei mir in der Werkstatt, habe ich gerade umgebaut, Motor ist jetzt gerade auseinander. Wir machen quasi genau das gleiche Grad. Der geht jetzt allerdings noch mal kurz zum Motorenbauer. Einmal nochmal prüfen, messen, bohren, hohen. Aber Benni, wie viel Pass machst du das? So unterschiedlich? Der wird es wahrscheinlich so um die 300 Pass haben, mit einem umgebauten K4 23 und dann alles vernünftig eingestellt. Also quasi S3 Technik, mit Pleule gemacht. Ach so, Einrad? Nee, S3 Technik, also motormäßig jetzt. Ach so. Ach so, ja, okay. Das bleibt in Frontfräse. Reicht aber auch, 300 Pass im Golf 2 ist echt eine Ansage. Und Benni, du machst jetzt aber alles mit Eintragung, ne? Sowohl als auch. Ach so, sowohl auch. Viele Kunden wollen sich selbst um die Eintragung kümmern. Aber machst du auch, wenn jetzt einer zu dir kommt? Mach ich auch. Das heißt, wenn Mikhail mal irgendwann fertig ist, dann sagt ihr, Benni, guck mal, ob da noch was gemacht werden muss und dann machen die Eintragung. Das macht's. Wir haben Audi S3 zum Beispiel komplett umgebaut, mit GT 28, GTX 28 sogar ein Eigenbau Krümmer, Eigenbau Downpipe. Ja, das machst du ja. Hin und her. Da ist von A bis Z wirklich alles eingetragen. Mit bisschen über 400 PS. Den hast du auch gesehen, der Kollege war einfach mal hier. Ja, ja, du meintest nichts Kevin. Ja, der ist geil. Genau. Er hat ja meine Dompipe auch, ne? Also Benni hat ja meine Dompipe auch gemacht gehabt. Komplett. Auch richtig geil geworden auf jeden Fall. Richtig dicht. Und richtig geil. Ja, sonst, dann warten wir bis morgen und dann bauen wir das nochmal ein. Hast du morgen wieder Zeit, Benni? Ja, kriegen wir schon. Ja. Ja, weiß ich nicht. Und du? Egal. Du kannst ja das Video sehen. Du hast es jetzt gesehen. Das ist eigentlich das Wichtigste war das eigentlich. Ja, okay. Wo du jetzt noch dabei sein könntest, ist einmal nochmal bei den Kolben. Weil das ist auch ein bisschen so tricky, das einzubauen. Da hast du vielleicht mal einen selber gemacht. Aber egal, das siehst du ja im Video, wie wir das machen. Und ja, das war's. Sorry Jungs, dass wir echt nicht weitermachen können. Aber was wollt ihr machen? Ich hau das Video trotzdem raus. Und ja, aber egal. Dafür habt ihr erstmal einen Längsträger, also längst VH6. Wie ist das? Längst eingebaute VH6. Längst eingebauten VH6 Motor gesehen. Was auch immer nicht der Fall ist, dass man das sieht. Das ist geil. Also ich habe den Wagen echt gesehen. Der ist krass. Also da kommt ein Monster. Also April. April hoffe ich, ja. April Viertelmeile. Weißt du Bescheid. Wenn ihr Benni Motors sieht. Und was für eine Farbe wird der? Der wird Anthrazit Grau. Also wenn ihr Anthrazit Grau Benni Motors Auto sieht. Tritt nicht gegen den an. Es sei denn jetzt kommt ein Veyron. Dann hat er vielleicht einigermaßen kann er mithalten. Aber nur dann. Wir sind ja nur zum Testen da. Mal gucken. Ja, also ich freue mich schon. Also wenn ihr wollt. Also wenn Benni. Hast du zwei Sitze, Benni? Eigentlich ist es ein Einsitzer. Aber für Abstimmungsfahrten oder so. Steckt mir zweiten rein. Ja, also wenn ihr wollt. Also wenn Benni auch will. Dann können wir ja mal einmal bei Viertelmeile einmal mitfahren. Also ich würde gerne mitfahren. Kannst du machen, ja. Das ist krank. Also wenn ihr es wollt. Einmal in die Kommentare schreiben. Und Jungs, sorry. Morgen bauen wir nochmal zusammen. Tut mir leid. Ja. Danke nochmal an Benni. Auf jeden Fall Dankeschön Bruder. Immer gerne. Danke Bruder. Danke, ey. Michael hat heute meine Kupplung gebracht. Dankeschön an ihn nochmal. Ähm. Und ist extra nochmal hier von Köln gekommen, ne. Ehrlich. Dankeschön. Ja. Sonst. Wir sehen uns morgen. Euer Kfz. Bis dann. Haut rein. Ciao.